Tarasch, get up! Willkommen zu einem neuen Video. Wir sind hier gerade in Oberhausen. Wir sind mit Zug zweieinhalb Stunden gefahren. Ja, wir müssen... Wollt ihr euch... Ey, ich kaufe jetzt diese Pädis bei uns. Philipp, willst du Werbung machen? Dein Kanal. Devin, wie heißt du auf YouTube? Na, auf YouTube. Fortnite Bro. Fortnite Bro, okay. Und was machst du so für Videos? Fortnite? Ja, okay. Ich bin ja eher so Vlogger. Aber bald mache ich auch Gaming. Jetzt. Und abonniert Fortnite oder schlicht los. Ja. Ich sag... Was? Nix. Wir sind immer nun an. Willst du was sagen, Colin? Du, Philipp? Willst du was sagen, Philipp? Nein. Okay. Weil ich keine Freunde habe. Boah. Leute, wir sind im Zentrum. Wir gehen gleich auf das Höchstgebäude in Oberhausen. Das heißt... Weiß ich nicht, wie das heißt. Ich auch nicht. Und jetzt sag mal meine Adidas-Kauftasche, die ich gerade... Hier, die hat er sich gerade geholt. Und jetzt... Ich werde nicht... Das heißt... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Hier. Ja. Ihr seid... Was... Kauft ihr euch sowas? Leute, kauft euch nicht solche Schuhe, die sind hässlich. Ey, wir müssen runter. Ey, ey. Du musst runter. Wir gehen jetzt. Ich brauche immer auf Billo-Schuhe. Billo-Schuhe, okay. So wie solche Schuhe, ne? Solche einen. Colin, zeig mal deine Bauchtasche. Ich brauche was für das Video. Die hat er sich geholt. Von Snipes. 15 Euro, ne? Er hat eine Cash von Terminett. Wir müssen mal Eva kaufen. Ey, ich behalte für Eva. Die Tasche. Die Tasche. Alter, guck mal. Halt mal bitte, Devin. Devin! Wir sind hier gerade in der Stadt, wo Arthur wohnt. Ja. Der Starbuck. Der Starbuck. Chicken Wing hoch. Leute, wir gehen jetzt gerade von Zentrum raus. Und ja. Liked alle, wenn ihr ihn hässlich findet. Mach alle duest Likes. Wenn ihr dich hier mögt. Oh, und, 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 und liked, wenn ihr ihn hübsch findet. Zeig mal. Zeig mal deine Frisur. Oh, Papa, ey. Oh, er ist echt. Nein. Wo ist Lars? Hey, wo ist Lars? Wir sind jetzt raus. Hey, wo ist, wo ist Lars? Hey, Lars war gerade draußen. Was lautet du mal? Lars sagte, er, er guckt draußen. Leute, da. Film mal da, da gehen wir gleich hoch. Ja, da gehen wir hoch. Ja, ich filme doch. Und da, aber? Ja, da gehen wir gleich hoch. Da gehen wir hoch. Und dann, da filmen wir auch wieder. Oh, ich filmte, ich stehe so noch frisch. Ah, ja, weil da auch, da da auch schon ein Imbiss dafür ist. Irgendwie kann man mich nicht sehen. Leute, ich beende gleich schon. Willst du Hallo sagen? Devin wolltest du auch vloggen? Willst du auch vloggen? Nein, nein. Ich will nicht ernsthaft. Weil wir waren im Zentrum. Ja, Leute, ich beende jetzt schon. Ich habe keinen Bock, dass es wieder so lange wird. Und ja, ciao.